Oder es wird wahrscheinlich noch nicht mal funktionieren. Das ist einfach nur der Hausschlüssel. Ja, nehme ich mit. Dass die Wände rangehen, ist so kacke. So. Das brauche ich jetzt nicht. Das brauche ich jetzt nicht. Ein Symbol in Form einer Rüstung. Da passt nur ein Schlüssel rein. Nichts Besonderes an dem Schlüssel. Ach, ärgerlich. Ne. Leider nicht geklappt. Ja, und in die Tür kam ich nicht. Okay, dann weitersuchen. Ich weiß nicht, was ich da noch reinlegen soll. Wir finden noch was. Hm, wo könnten wir jetzt hin? Wir könnten doch mal raus die ganzen Dünger holen. Das Pflanzenzeug könnten wir gut kombinieren. Das wäre schon mal nicht so verkehrt. Gott, jagen die mich wieder? Gebt Ruhe, ihr scheiß Viecher. Moment, wo muss ich nochmal hin? Ach ja, ich darf den ganzen Weg jetzt rumlaufen. Hätte ich mal die Tür nicht so oft benutzt. Boah, das haben die doch extra gemacht. Ich dachte, man kann das mindestens zehnmal benutzen, bevor das kaputt geht. Na gut, vielleicht waren es auch fünfmal und ich habe es einfach übertrieben. Ja, wir kommen voran. Hier ist Fortschritt sichtbar, auch wenn du ein Stückchen langsam, ein bisschen und ja, es wird schon. Hier können ja keine Köter mehr kommen. Ich glaube, ich gehe doch gleich nochmal in den Raum weiter. Anstatt dass ich direkt in die Tür reingehe. Oh, hier kommen keine Köter. Ist so genug? Hoffe ich doch mal. Ein wunderbarer Pflanzengarten. Dann nehmen wir noch ein rotes Kraut. Obwohl, kann ich zwei? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe eine Idee. So. Oh Gott, ich werde das so bereuen, wenn das nicht klappt. Ah, verflucht. Ich dachte, man kann das nochmal kombinieren. Das brauche ich jetzt nicht. Doch, ich brauche den Platz. Ich kann nicht mehr Objekte tragen. Kann ich denn nicht wenigstens eins austauschen? Fuck it. Hm, durch die Nase gezogen. Ja, mitnehmen. Wer weiß, für was ich das brauchen werde. So, dann hätten wir alle schon mal so weit besorgt. Dann tragen wir das Ganze zusammen und gucken nach einem Weg. Das ist erstmal mein Plan. So, hier war Zombie-Alarm, ne? Boah, ist das hier dunkel. Es geht offen? Wow. Bin ich denn hier gelandet? Oh, kackfiech, ey. Mann, die wird gekillt. Ich renne gar nicht weg vor denen, ey. Die kriegen mich sowieso. In der Einbuchung steht geschrieben. Der Schänder des verfluchten Sarges. Toll. Mein Gott, ne. Der Schänder des verfluchten Sarges. Das sagt mir gar nichts. Komme ich später wahrscheinlich erst hin. Okay, dann wissen wir schon mal, was wir hier haben. Duh! Tür ist verschlossen. Wappen-Dispensers sind eingraviert. Bringt mir noch nichts. Und durch die kaputte Tür. Ah, shit! Ach, der springt vorbei. Witzig wäre, wenn ich den Treibstoff mit dem... Was liegt eigentlich da auf dem Boden? Habe ich noch gar nicht aufgehoben. Zur Entsorgung von Leichen. Hm. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot. Äh, wenn Leber... Ja, klar, wenn die zum Leben erwachen. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt. Einäscherung. Einäscherung. Vernichtung des Kopfes. Wird weitere Methoden entdeckt werden, sollten umgehend benachrichtigt werden. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht... Ne, die noch nicht die Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel, wie Sie brauchen. Sie bündigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selbst finden. Dann kann ich die verbrennen. Toll. Ich habe ja Treibstoff und Dünger. So. Das hier rein. Moment, kann ich vielleicht Treibstoff mit den Düngern kombinieren? Kann hier nichts kombinieren. Okay. Ah, ich will erst mal prüfen. Ein chemisches Mittel zur Vernichtung von Pflanzen. Wie sieht es hiermit aus? Ne. Ne, kann ich nicht kombinieren. Okay. Was hat das eigentlich mit dem Brett auf sich? Ein Holzpaschport. Aha! Es ist unterschrieben. Ja, aber was genau? Wow. Ich habe es geöffnet. Na gut, rein damit. So, rotes Kraut hier rein. Habe ich noch grüne Kräuter? Nope. Dann kann das auch wieder zurück. So, jetzt haben wir jetzt mal für Platz gesorgt. Perfekt. Damit kann man arbeiten. Ja, speichern ist nicht unbedingt notwendig. Oh, fuck. Der killed mich nochmal. So, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Wo gehen wir jetzt hin? Ansonsten renne ich im Kreis. Muss der die Treppe hochkommen? Hier kann ich durch? Hier gab es noch zu, wo ich nicht durch konnte. Ah, das war ja hier. Genau, und hier am Ende konnte ich nicht durchgehen. Verflucht, verflucht, verflucht. Da ist ein bisschen mehr als ein leerer Kamin. Hm. Ich habe momentan keinen Plan. Okay. 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 Rüstungssymbol. Ich habe ein Rüstungssymbol, aber keinen Schlüssel. Das Ganze hier ist auch mega creepy. Ja, stimmt. Da war ich hier. Ich wusste, da liegt was. Ich habe es letztes Mal übersehen. Jetzt haben wir ein Feuerzeug. Wir haben die Chemikalien. Wir haben Kerosin. Ah, dann komme ich hier raus. Okay. Jetzt können wir ein hübsches Feuerchen legen. So viel ist sicher. Rüstungssymbol. Ich muss dann dieses Rüstungssymbol kommen. Und ich weiß auch, wo es liegt. Nur, ich muss es irgendwie austauschen. Ich glaube, die Tür war auch zu, ne? Hm. So, und wieder hier. Die ging auch nicht auf. Ich kann nichts erkennen. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ich habe keine Ahnung momentan. Ja, hier kann ich rein. Das habe ich aufgeschlossen. Okay. Da kam ich her. Draußen, das Gitter ist verschlossen. Aber ich habe keinen weiteren Schlüssel, der es öffnen könnte. Aber ich weiß nicht, was ich mit diesen ganzen Chemikalien anfangen kann. Wenigstens habe ich die Items. Hm. Wenn ich den Strom einschalten könnte. Das wäre auch schon mal was. Das kurze Schwert steckt in der Brust und der andere hat es im Kopf. Ich kann es dann wieder hinlegen. Ich kann eh noch nichts damit anfangen. Von der anderen Seite verschlossen. Von der anderen Seite verschlossen. Ne, Rüstungssymbol. Gehen wir hier runter. Nach draußen, da haben wir nichts. Na, hier legt nur mein toter Zombie-Freund. Und der Aufzug hat keinen Strom. Immer von der anderen Seite verschlossen.